Die Westwindzone, Westwindlage oder Westwinddrift bezeichnet eine atmosphärische Luftzirkulation in den mittleren Breiten der Erde, also etwa zwischen 40 Grad und 60 Grad auf der Nord- sowie der Südhalbkugel. Teilweise kann die Strömung auch bis 70 Grad geografischer Breite reichen. Sie verläuft von West nach Ost und ist ein Teil der planetarischen Zirkulation. Im Gegensatz zu anderen globalen Windströmungen wie beispielsweise der Passat-Zirkulation herrschen in der Westwindzone sowohl am Boden als auch in der Höhe der Troposphäre Winde aus westlichen Richtungen vor. Die Windverhältnisse sind dabei jedoch vergleichsweise ungleichmäßig. Die transportierten Luftmassen sind thermisch gemäßigt und relativ feucht. Die Unbeständigkeit der Westwinddrift ist in der Überlagerung durch die Polarfront zu begründen, die zwischen wärmeren, subtropisch geprägten Luftmassen und kalter Polarluft entsteht und dabei Rospiwellen ausbildet. Die daraus resultierende Zyklogenese und Verlagerung der Tiefdruckgebiete im Bereich der Westwinddrift führt ebenfalls zu Störungen. Weitere Variationen ergeben sich durch die jahreszeitlichen Einstrahlungsunterschiede. So dass die Westwinddrift im Sommer schwächer ausgeprägt ist als im Winter. Über der Polarfront befindet sich im Bereich der Westwindzone in der Höhe ein schmales Starkwindfeld, der Jetstream. Die Westwinddrift ist auf der Südhalbkugel ausgeprägter und treibt dort den Zirkumpolarstrom an. Diese mächtigste ozeanische Strömung ist es, die im Englischen mit Westwinddrift gemeint ist. Wind- und Wasserströmung sind der Grund, Warum Segelschiffe die Erde hier schneller und einfacher in West-Ost-Richtung als in die Gegenrichtung umfahren können. So liefen etwa die von Europa kommenden Großsegler Australien und Neuseeland meist auf der Route um die Südspitze Südafrikans, um das Kap der Guten Hoffnung herum an, wohingegen die Rückkehr um die Südspitze Südamerikas um das Kap Horn erfolgte. Wobei jedoch die Umsegelung von Kap Horn wegen der Furious 50s extrem gefährlich war und ist. Siehe auch die moderne Wendy Globe. Ähnliche Auswirkungen hat die Westwindzone auf den Luftverkehr. Ein typisches Beispiel dafür ist der Non-Stop-Flug eines Düsenflugzeugs in 10 bis 12 Kilometern Höhe. Auf dem Hinflug von Europa nach Amerika in Richtung Westen trifft das Flugzeug frontal auf bis zu 400 Kilometer pro Stunde schnelle Jetstreams, welche die Geschwindigkeit über Grund je nach Vorhaltewinkel entsprechend verringern. Auf dem Rückflug hingegen kann das Flugzeug bei entsprechend heftigem Rückenwind auf über 1000 Kilometer pro Stunde über Grund beschleunigt werden. Dadurch können Flugzeitunterschiede von mehr als einer Stunde entstehen. Siehe auch meteorologische Navigation.